Hätte ich nicht geschafft, es war am dritten. Dritten. Wenn man den Ast von mir findet, dann nehm ich mal den Ast weg, aber das schaffst du. Du hast doch jetzt genug Schwung gehabt, Sepp. Einfach nur leiern lassen und ein bisschen vorne runter drücken, dass die mit Gewalt hochgehen. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Hahahaha Ist das klar? Dann steh auf das Schaffst. Das war die Spannung auf dem Rad.